Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht könnt ihr euch noch an den ausgebrannten Tesla in Tirol erinnern. Das war vor fast genau einem Jahr im November 2019. Was haben wir damals nicht alles für Horrorschlagzeilen zu lesen bekommen? Hochgefährlicher Sondermüll, geschmolzene Batterien, Inferno. Laut einer Statistik der deutschen Feuerwehren brennen in Deutschland durchschnittlich 110 Autos pro Tag. Das kümmert keinen, solange da kein Elektroauto dabei ist. Bei allen dramatisch übertriebenen Berichten, sobald auch nur ein Elektroauto brennt, klar ist jedenfalls, dass noch dringender Klärungsbedarf über die Behandlung und anschließende Verwertung von Elektroautos besteht, zumindest dann, wenn sie einen Unfall gehabt haben. Das Thema Elektromobilität verbreitet bei vielen nicht nur Neugierde und Interesse, sondern auch Unsicherheit und Angst und letztendlich sogar komplette Ablehnung. Für diese neuen Techniken existieren eben kaum Erfahrungswerte und dementsprechend entstehen schnell Vorurteile. Bei der Elektromobilität fehlt es noch an so mancher Infrastruktur. Die ist zwar am Entstehen, aber eben noch nicht vollständig ausgebaut. Und das drückt sich nicht nur in einem Mangel an Ladestationen aus. Der Fall aus Tirol letztes Jahr zeigte eben besonders deutlich, dass die sichere Behandlung von Unfall-E-Autos und vor allem der Umgang mit den Akkus für viele Feuerwehren, Bergungsdienste oder Autoverwerter noch völlig neu ist und man Angst vor dem Unbekannten hat. Darüber möchte ich heute mal mit euch sprechen und dazu habe ich mich mit Rainer Dagen unterhalten. Rainer Dagen ist der Geschäftsführer der SEDA Umwelttechnik GmbH aus Tirol. SEDA ist Pionier und sogar Weltmarktführer, wenn es um Lösungen für das Autorecycling geht und spezialisiert sich gerade auf Elektroautos. Und wenn ihr jetzt denkt, SEDA, SEDA, das habe ich doch schon mal gehört, dann habt ihr recht. SEDA war die Firma, die sich schließlich um den ausgebrannten Tesla vom letzten Jahr gekümmert hat. Den wollte ja sonst keiner haben und nicht mal mit der Pinzette anfassen. Das wird also mal wieder spannend, deswegen bleibt dran. Es ist ja leider so, dass Rettungskräfte, Feuerwehren oder Bergungsdienste immer noch ziemlich wenig Erfahrung mit verunglückten Elektroautos haben und vor allem nicht mit beschädigten oder verbrannten Batterien. So oft kommt das ja eben nicht vor. Aber wenn wir demnächst eine Million Elektroautos auf der Straße haben, dann wird natürlich auch die Zahl der Unfälle automatisch zunehmen. Und was dann? Grundsätzlich muss ich hier erstmal noch festhalten, nämlich explizit Elektroautos brennen nicht häufiger als Verbrenner. Sogar der ADAC sagt das, dass beim Crash-Test Elektroautos eher besser als herkömmliche Autos abschneiden. Und auch die extremen Crashs, die sie durchgeführt haben, beschädigen die Akkuzellen eigentlich nie. Die bleiben unbeschädigt. Und der TÜV Süd sagt dazu, bei Elektroautos ist die Anzahl der Brände im Vergleich zur Anzahl der fahrenden Autos, nach unseren Beobachtungen, verschwindend gering. Soviel erstmal dazu. Trotzdem ist es natürlich auf jeden Fall notwendig, dass entsprechende Techniken entwickelt werden und entsprechendes Lösch- und Bergungsmaterial den Feuerwehren zur Verfügung gestellt wird. Sonst kann man in Zukunft mit so einem Unfall von einem Elektroauto eben nicht sicher umgehen. Das ist völlig klar. Und viele Hersteller von Elektroautos wie Tesla oder VW, die haben extra Informationsmaterial für die Rettungskräfte herausgegeben, um die besser darauf vorzubereiten. Aber es macht eben auch nicht jeder Hersteller. Aber trotzdem machen wir uns mal nichts vor. Mangelnde Lizenzen, mangelnde Ausbildung, fehlende Werkzeuge, fehlende Sicherheitsunterweisungen für die Mitarbeiter und kein Know-how, wie man mit einem beschädigten Akku umgehen soll. Das sind die Dinge, an denen es auch heute besonders noch hapert. Und da wird dann auf den brandgefährlichen Sondermüll geschimpft und mit dem Finger auf andere gezeigt. Rainer Dagen, der Geschäftsführer der SEDA Umwelttechnik GmbH aus Tirol, hat dazu seine eigenen Erfahrungen gemacht. Und mit ihm habe ich vor ein paar Tagen gesprochen. Ja, und ich habe jetzt den Rainer Dagen hier in der Leitung. Der Rainer ist Geschäftsführer der SEDA Umwelttechnik GmbH aus Österreich. Und der Name kommt euch vielleicht bekannt vor. Zumindest habt ihr den vielleicht vor einem Jahr schon mal gehört. Und dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Und Rainer, ihr oder deine Firma ist ein Pionier und eigentlich sogar Weltmarktführer, wenn es um Lösungen für Autorecycling geht. Und jetzt spezialisiert ihr euch gerade so ein bisschen auf Elektroautorecycling beziehungsweise auf die Technologien, die man dafür benötigt. Und ihr baut auch gerade einen neuen Standort auf, der sich um dieses Thema kümmern soll. Kannst du mal beschreiben, was ihr da genau vorhabt und wie du jetzt auf die Idee gekommen bist, so ein bisschen dich um das Thema Elektroauto zu kümmern? Elektroauto, wie jeder weiß, in den letzten vier Jahren ist das ein bisschen verstärkt hochgekommen. Und da hat man halt erkannt, dass sich noch relativ wenig Gedanken gemacht haben, was mit dem Elektroauto, wie man sowas recycelt. Punkt eins, wie man sowas bei einem Unfall behandelt und wie man sowas für die Feuerwehr, was müsste man wissen, dass das Ganze nicht gefährlich und vernünftig vom Unfallort zum Reparaturstelle oder vom Unfallort zum Recycling kommt, wie man das am besten macht. Also du hast mir vorhin im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass gerade auch vor ein paar Jahren noch da die wildesten Vorstellungen auch bei den Autoverwertern grassierten, dass man zum Beispiel ein Elektroauto um Gottes Willen nicht anfassen darf und schon gar nicht mit einem Stahlabschleppseil abschleppen darf, weil sonst könnte man irgendwie einen Schlag kriegen. Also nur so ganz wildes Zeug und solche Sachen, die einfach jeden Fakten entbehren. Aber das waren die Ängste. Und ihr seid jetzt sozusagen, habt euch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, die Ängste, die auch bei den Autoverwertern existieren, aufzulösen und tatsächlich mit Tatsachen zu erhellen, damit die Leute geschult sind, wie sie solche Autos überhaupt verwerten können, damit das mittlerweile dann irgendwann auch zu einer normalen Sache wird. Einen normalen Verbrenner zu recyceln oder zu verwerten, ist ja für einen Autoverwerter kein Ding. Das machen die ja schon seit 100 Jahren. Aber Elektroautos sind halt relativ neu und da sind sehr große Unsicherheiten. Und die schult jetzt auch richtig die Firmen, damit die in Zukunft sowas können, hast du mir erzählt. Das ist gar nicht so lange her. Der Feuerwehrmann sagt, nein, wenn ein Unfallauto da ist, das rührt nicht an. Das lassen wir einfach abbrennen. Oder andere Abschleppunternehmer, wir rühren das nicht an, da muss jemand anderes kommen. Jetzt schiebt die Feuerwehr die Verantwortung darüber und die anderen Abschlepper schieben es darüber. So quasi das lassen wir liegen, auf Deutsch gesagt. Und weil einfach das richtige Wissen nicht verteilt wurde. Und Tatsache ist, dass es sehr schlimme Sache ist, dass es keine vernünftige Schulung gegeben hat. Immer noch nicht, dass es immer noch sehr schwierig ist, dass du jetzt so quasi rufst, die Feuerwehr von dem Landkreis an oder von dem Landkreis an. Ja, die anderen müssen das wissen. Wir wissen das nicht und so Sachen hört man da auch natürlich. Aber da sage ich, das gibt es doch nicht. Ihr könnt euch doch mal alle zusammensitzen am Tisch. Was müssen die Grundvoraussetzungen sein? Dass man die Angst und die richtige Behandlung macht. Dass man weiß, wie man anruft. Dass man weiß, wie man es behandelt. Und dass man die Gefahr so quasi eindämmen kann. Und da spielt Deutschland, österreichweit, jeder noch so irgendwie sein eigenes Spiel. Aber so richtig eine globale Wissensverteilung oder globale Interessensgruppe gibt es leider nicht. Und zumindest bitten wir als Anlagenbauer und für Autoverwerter, bitten wir jetzt auch noch, haben wir einen Musterbetrieb aufgebaut, der ist gerade in der Genehmigungsphase in Kössen-Tirol, da es in Österreich niemanden gibt, der legal Elektrofahrzeuge zurücknehmen kann, der legal Elektrofahrzeuge behandeln kann und quasi die Batterien zerlegen. Zerlegen, was auch immer, Feststellung, Möglichkeit für Second Life oder dass dieses Modul quasi defekt ist und es muss quasi tief entladen und vernichtet werden, recycelt werden. Da hat es noch nichts Vernünftiges gegeben und weil es ihm noch nichts Vernünftiges gegeben hat, mit dem man zusammenarbeiten kann, haben wir ihm gesagt, okay, dann müssen wir das selber machen, weil das ist ja ein Witz, dass es da nichts gibt. Genau. Und da kommt ihr jetzt wieder ins Spiel, nämlich der Name SEDA Umwelttechnik. Als ich den zuletzt gesehen habe oder gelesen habe, das war vor fast genau einem Jahr. Da war nämlich genau das Spiel, was du schon beschreibst. Du sagst übrigens immer, sie, wir duzen uns eigentlich, hatten wir vereinbart. Nicht vergessen. Da gab es nämlich in Tirol, also bei dir um die Ecke, im Prinzip in Kössen, ein Tesla Model S, der verunglückt ist und der Wagen ist ausgebrannt und der stand dann irgendwie Wochen und Monate lang rum und keiner wollte den haben. Die Verantwortung für das Auto wurde von A nach B geschoben und wie du schon sagtest, in Österreich wusste keiner, wie man damit umgehen sollte. Und da gab es ja auch ein ziemlich großes Presseecho und das war im Prinzip auch sehr, sehr negatives Presseecho in Bezug auf Elektromobilität. So nach dem Motto, hier, schaut euch das an, das ist alles Schrott und man kann damit überhaupt nichts mehr machen. Oder niemand traut sich daran, weil das so gefährlich ist, hieß es ja. Aber ihr habt den Wagen dann übernommen. Das habt ihr quasi freiwillig gemacht oder haben die euch jetzt gefragt oder habt ihr euch gemeldet und gesagt, hier, wir können das, gebt den mal zu uns. Ja, dadurch, dass ich da schon mehrere Jahre Erfahrung habe, habe ich mal Punkt eins, keine Angst nicht. Punkt zwei, wir haben für Entwicklung und Forschung die Genehmigung, solche Fahrzeuge zu behandeln beziehungsweise solche Module für Analyse und Forschung zu bearbeiten. Module meinst du jetzt, war das der Akku, den ihr jetzt speziell behandelt habt? Ja, genau. Und damit wir, weil es eben niemanden gegeben hat und das ein Nachbarort von mir ist, habe ich gesagt, okay, machen wir. Ich weiß, um was es geht. Ich weiß, auf was wir aufpassen müssen. Und dann haben wir das einfach, so wie man es halt macht, wenn man eine Lösung braucht, dann muss eine Lösung gefunden werden und dann haben wir das einfach durchgezogen. Und da habe ich halt auch verstanden, der Schritt, dass der Prozess, das hat auch alles verstärkt, dass wir jetzt die Schulungen machen, dass wir jetzt an Johannes Müller eingeladen haben, dreimal im Jahr. Bitte arbeiten wir da was aus. Dass man auch sagt, hallo, Feuerwehrgemeinschaft, bitte erkundigt euch da. Bitte machen wir da was mit einer. Was wollt ihr wissen? Machen wir bitte einen Workshop, dass ich auch für die Abschleppunternehmen sage, nicht nur, dass der Landkreis oder der Bezirk das weiß, sondern wirklich alle sollen wissen, wie es behandelt wird, wie es geht. Und das hat das natürlich verstärkt, der Vorfall vor einem Jahr hat das natürlich verstärkt, dass man da erkannt hat, dass man da Gas gibt, bevor da noch mehr Blödsinn verkündet wird. Genau. Und ihr habt ja als Spezialisten jetzt sehr viele Methoden überhaupt entwickelt, um zum Beispiel ein verunglücktes Elektroauto sicher zu transportieren oder die Brandgefahr zu minimieren oder auch einzudämmen. Und was das ist, da hatten wir nämlich der Sebastian Raubinger, dein Marketingleiter, hat mir so ein Video zur Verfügung gestellt und das zeige ich euch jetzt. Das ist, Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist nicht nur das Elektrofahrzeug. Es ist auch die ganzen Erdgas, LPG, Energy, Energy und auch die Wasserstoff, was jetzt kommen. Und für die alternativen Antriebe war es auch immer, dass man einfach das Wissen nicht gehabt hat. Wie behandle ich jetzt den Gastank? Wie muss ich jetzt den Tank vorher ausbauen oder nachher ausbauen? Wie kriege ich das Gas aus der Flasche raus? Verbrenne ich das oder komprimiere ich das? Kann ich das wiederverwerten? Wie mache ich das? Und da geht es genauso wie bei der Batterie. Der Gastank muss ausgebaut werden. Der Gastank muss entladen werden, quasi abgesaugt, verbrannt oder verdichtet werden. Und die Flasche muss auch richtig behandelt werden. Rein theoretisch ist es genau das Gleiche wie bei einem CNG-Fahrzeug. Du tust die Flasche raus, du tust die Batterie raus, vorher natürlich sicherstellen, dass nichts passieren kann. Dann baust du alles aus und dann behandelst du die Flasche einzeln und das Fahrzeug einzeln. Und so ist es bei der Batterie, beim Elektrofahrzeug auch. Wenn man weiß, wie es geht, ist es nicht schwierig. Problem ist nur, dass es null gefördert wird, dass das Wissen zum Beispiel, was die Fahrzeugverwerter benötigen, was man braucht, um das richtig zu behandeln. Weiß ich, der Fahrzeughersteller, Entschuldigung, nichts scheißt, weil es ja so quasi, es ist ja kein Auto mehr, es ist Abfall. Das haben sie mir wörtlich gesagt. Ein Fahrzeughersteller sagt, geht uns nichts mehr an, ist ja Abfall. Dann sage ich wohl, ihr seid in der Fahrendwaltung drin, weil ihr in Betrieb, in Verkehrsbringer dieses Fahrzeuges seid, seid ihr dafür verantwortlich. Zumindest müsst ihr das Know-how und das Equipment, die Fahrzeugverwerter unterstützen. Aber das ist jedem wurscht. Ja, das ist ja eigentlich der eigentliche Skandal, dass die Hersteller sich da so ein bisschen nicht drum scheren. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall kommen müssen, gerade wenn jetzt eben die Volumen mehr zunehmen. Und wir sehen es jetzt ja, wie das so langsam hochläuft. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland haben wir dieses Jahr, ich glaube, 200.000 Elektroautos oder Plug-in-Hybride zugelassen. Das ist eine große Menge. Die Steigerungsraten sind enorm und im nächsten Jahr wird es nochmal viel mehr sein. Das heißt, die Autoverwerter in den nächsten Jahren werden, was das angeht, viel mehr zu tun kriegen. Ist es denn jetzt so in Österreich, dass du sagst, durch eure Arbeit im letzten Jahr hat sich das jetzt schon deutlich verbessert? Also wenn so ein Tesla nochmal verunglücken würde, so wie letztes Jahr, würde sich da jetzt was verbessert haben im Vergleich? Oder ist das immer noch schlimm? Zumindest weiß jeder, was er tun soll. Er kann uns anrufen. Aber es ist beschämend, wie sich die Fahrzeughersteller immer noch nicht drum kümmern. Das ist wirklich beschämend und das ärgert mich auch. Ich mache momentan so Sachen, mache ich so quasi, wie sagt man da, ehrenamtlich. Weil die Batterie würde sonst, habe ich gerade so einen Fall gehabt vor zwei Wochen, die Batterie von einem anderen Fahrzeughersteller ist halt drei Monate bei dem Reparaturbetrieb gelegen. Und es hat sich niemand gekümmert drum. Und das probieren wir halt zumindest jetzt unter Dach und Fach kriegen, weil das muss einfach, es besteht eine Gefahr, wenn man es nicht richtig behandelt. Dann nehme ich den Vorschlag mit der Schlange her. Wenn man eine giftige Schlange gut, richtig behandelt, dann ist das auch nicht gefährlich. Wenn man die giftige Schlange aber falsch behandelt, dann ist das lebensgefährlich. Und genau das Gleiche haben wir mit dem Elektrofahrzeug, haben wir da auch. Man muss wissen, wie man hinklangt und dann passiert nichts. Ja, das war also Rainer Dagen aus Tirol mit echten Erfahrungen aus der Praxis. Ich glaube, nicht nur in Österreich gibt es in Punkte Umgang mit geschrotteten Elektroautos noch so einiges an Nachholbedarf. Das Wissen und die Techniken sind auf jeden Fall da. Sie müssen nur richtig angewendet werden. Ich fand den Einblick in so eine Branche, mit der ich sonst so gar nichts zu tun habe, ziemlich interessant. Und vielleicht war das ja auch was für euch und es war sehr aufschlussreich. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.